Ich finde, wir hatten ausreichend Urlaub, den wir aber benötigt haben. Ich glaube, dass es jeder gemerkt hat, dass letztes Jahr eben halt durch Corona erst mal länger war, deutlich länger und auch deutlich anstrengender. Deswegen haben wir die Pause benötigt und ich denke auch, dass sie jeder genutzt hat und vollständig erholt heute antreten konnte. Die Vorfreude ist einfach riesengroß. Ich wurde gerade auch schon gefragt, die Stadien, die Gegner, alles, das sind alles so Sachen, da freut man sich einfach riesig drauf, weil es einfach jetzt, ich sage, sogar über anderthalb Jahre erarbeitet war, dass wir jetzt hier sind und ich glaube, alle haben da mega Bock drauf. Es wird eine Umstellung sein, klar, Bundesliga ist ein anderes Pflaster. Wir sind in jedem Spiel der Außenseite, aber es ist ja auch was Schönes. Wir können überraschen, Spiel für Spiel und wir wollen natürlich gut rein starten, wollen zeigen, was wir können. Es sind viele Jungs dabei, die noch kein Bundesliga-Jahr am Buckel haben. Von dem her wollen wir uns auch natürlich beweisen und zeigen, dass wir da auch mitspielen können. Natürlich war Corona auch ein Thema, logisch. Man kann nicht so tun, als wenn es gestern gewesen wäre und heute nicht mehr gibt. Deswegen müssen wir uns auch wieder an die Regeln halten, müssen die gleiche Disziplin, das gleiche Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gruppe natürlich auch wieder an den Tag legen, damit wir unsere Ziele erreichen können. Ansonsten wird es schwer. Ich habe keine Glaskugel zu Hause, wo ich reingucken kann. Das weiß man nicht. Es hängt von unserem ganzen Land ab, denke ich mal, wie jeder Einzelne damit umgeht. Wenn es so weitergeht wie in den letzten zwei, drei, vier Wochen, dann wird es wahrscheinlich schwer, dass wir vielleicht überhaupt Zuschauer reinkriegen, geschweige denn das Stadion voll bekommen. Ja, wir halten weiterhin die Augen auf, das ist klar. Und über einzelne Positionen habe ich noch nie gesprochen, weil das würde auch dann eigentlich unnötig Unruhe dann auch in die Mannschaft bringen. Wenn ich jetzt sage, wir brauchen noch drei Innenverteidiger, dann wissen vier Mann da hinten, au wei. Also von daher macht es wenig Sinn. Wir wissen auch, dass wir eine schwierige Zeit haben, gerade auch was die Finanzen angeht, müssen wir auch sorgfältig ein Auge drauf haben. Und von daher lassen wir uns mal überraschen.